Und damit herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead Michonne. Ich hatte ja richtig Glück, genau wenn ich den ersten Part abschließe quasi, kommt der zweite Part schon raus, also die zweite Episode. Die dritte ist noch gesperrt, demnächst, aber wir können die zweite schon spielen. Und ich freue mich schon richtig und drücke gleich mal auf Folge 2, starte. Falls wieder irgendwelche coolen Lieder kommen, muss ich die Lieder leider wieder rausschneiden, weil die GEMA leider bei jedem diesen Lieder Probleme macht. Das ist die Lieder, nicht wahr? Das ist eine Frau, wie eine Frau. Hallo? Hallo, ist jemand da? Das ist Houston, Hilfe. Was haben wir hier? Heller feindelt. Ich kann nicht sehen, was ich gesehen habe. Berto, steigern dich. Gregg! Wer sind Sie, Leute? Ravdol! Sie sehen, dass du uns die Fähigkeiten hast. Nice job. Du kennst, jede Person wir finden, leben. Ähm. Bei mir hängt es gerade. Jetzt geht's weg. Die Dino? Ihr fucking uselessness stops now. Time to earn your keep. Stop! Sam. Oh, God. You fucking shot him! I didn't mean to! Do you think that matters? Ich weiß doch nicht ob es falsch oder richtig war ihn leben zu lassen. Bitte. Lass mich dir helfen. Zu dritt haben wir natürlich mehr Chancen, wenn jetzt der mächtige Krieg beginnt, als zu zweit. Ich habe mich verletzt. Randall sollte derjenige stehen da. Nicht dein Bruder. Ich kann nicht verletzen, aber vielleicht kann ich dir helfen. Ich habe dich verletzt. Both von dir. Bitte. Du willst Hilfe? Starten mit uns aus hier raus. Es wird nicht einfach sein, aber ich mache das, was ich kann. Ist er noch nicht breathiert? Jonas! Ich dachte, du wirst mehr Zeit haben. W-w-w-w-w-was hast du gesagt? Oh nein! Jonas, hör auf. Ich habe gesagt, ich würde ihnen helfen. Dann müssen wir auch wegschauen. Ja, okay. Lass uns Pete finden und die Hölle aus diesem Böden holen. Mit Waffen können wir zu viert einem Gefecht irgendwie entkommen. Danke, Michonne. Für mich zu stoppen. So viel, wie ich wollte. Für was er getan hat. Ich bin glücklich, dass ich nicht Zachary töten habe. Die töten zu Zachary war nicht die Antwort hier. Und es würde dich nicht mehr fühlen. Ich... ich... ich weiß. Ich glaube, es wäre doch die richtige Entscheidung. Ich glaube, es wäre ziemlich abgefuckt, wenn sie ihn getötet hätte. Pete ist noch da oben. Und er hat Statt. Okay. We'll distract the guard. Then we're out of here. Hey, Joe. Can you give me a hand with something? I couldn't get anything out of him. Zachary was useless. These people just aren't talking. Yeah. Yeah. Problem is, we still know nothing about him. I'll get him to talk. Don't worry. I have to worry. After last time... It won't go down like that. I swear. It can't. It can't. It's okay. It's okay. Now I have to move this out to the park. Sie sehen, ich weg. Du hast keine Chance von hier rausgekommen. Hey, Randall! Du willst mir erzählen, wie das passiert? Zachary! Er war schiefst. Right. Samantha hat dich auf das? Wo ist sie? Komm schon. Geh mit ihm. Wo ist sie? Wie schön der Pete. Boah, ich will es nicht fallen lassen. Genau deshalb. Ich wusste, es hilft mir. Brauchst du eine Waffe? Komm schon. Jetzt kriegt Randall, was er verdient. Nein, was macht sie? Was macht sie? Wieso lasst sie... Hä? Wieso lasst sie beide am Leben? Sie lassen Norma und Wrangler am Leben. Ich verstehe es nicht. Und sie nehmen die Waffe nicht mit. Nein. Alarm! Wir haben Probleme. Ist das ein Attac? Was ist passiert? Wo sind die Kinder? Wieso haben sie die Waffe nicht mitgenommen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wir sind hier. Wir sind total verabschiedet. Die ganze Stadt ist für uns. Wir werden es herausfinden. Michonne? Ich will sehen, ob ich uns rauskriege. Wieso haben sie Norman nicht gekillt? Wieso haben sie Randall nicht gekillt? Wieso haben sie die Waffe nicht mitgenommen? Wir müssen uns auf den Weg rauskriegen. Können wir uns nicht überhaupt freikämpfen? Nein, wir kriegen uns auf keinen Fall. Wir müssen eventuell kämpfen. Nein, mach das nicht, Pete. Wieso macht er das? Dass sie deinen töten. Ich halte ihn auf. Ich könnte sie runterkriegen. Ich habe keine Chance genommen. Geh bereit. Schauen, es kann jemand drüber schlagen. Sie nehmen doch immer keine Waffen mit. Ich verstehe es nicht. Die anderen kämpfen gar nicht. Ich hoffe, wir schaffen es. Ich hoffe, wir schaffen es. Man hört sich hier voll auf die Tasten hin, dann. Sehr gut, Pete. Das war wichtig. Ach, die Mutter betroffen. Oder? Wir sind alle lebendig entkommen. Aber mich nervt es immer noch, warum sie die Waffen nicht mitgenommen haben und warum sie nicht Norma und Randall ausgeschaltet haben. Zumindest Randall, Norma, okay, aber Randall auf jeden Fall hätten sie ausschalten müssen. Weil die werden uns jetzt sicher zu 100% verfolgen und attacken. Deswegen hätte man eigentlich beide ausschalten müssen, um zu überleben. Das Lied lohnt mich leider wieder ausschneiden. Ich werde versuchen, ein anderes Pass, das Lied reinzufügen. Das Lied lohnt mich. Episode 2 Give No Shelter It didn't have to happen this way You gotta learn to keep your machete on your back Instead of hack your way up Because that doesn't always work I can rest leaving you behind You gotta believe I know what I'm doing sometimes All I'm saying is next time let me do what I do first And if that doesn't work, your machete can do the talking If they had not heard of him, they had maybe even killed We can hide out at my house until it's clear My dad can help you It's not far We'll get there before morning Your dad? Why didn't you mention him before? I don't want normal looking for him I'll tell you more on the way The other way Gosh, man What's the thing with the rest of your crew? What's the situation with the rest of your crew? What happened to the crew? Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god